hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von creative wars und in der letzten folge haben wir hier schon ein paar glasscheiben mal reingemacht in unser haus ich bin schon wieder auf die falsche taste gekommen so und crafte ich hier noch mal ein paar die verbinden sich jetzt eigentlich nicht ok naja mit den scheiben muss ich mal gucken ah ich glaube wie so macht jetzt das aus wie die tagen gesetzt wurden perfekt so sollte es doch sein oder wieder mal ganz gut aus taste so einmal hier ein paar davon craften so so dann ist hier einfach mal ach man so dann einfach mal hier ein bisschen weiter bauen würde ich jetzt mal so sagen ja manchmal ruckelt es noch ein bisschen viel aber ich finde das ist schon ziemlich gelungen mittlerweile wenn man den anfang so mit jetzt vergleicht was jetzt alles noch reingekommen ist da könnten sich manche entwickler mal eine scheibe abschneiden nicht boh... nicht äh war bohemian interaction naja gut ne interactive weiß ich nicht ne aber sie ist ja auch schon jahre in der entwicklung so so ist auf jeden fall mal ein sehr ruhiges spiel wo man auch mal so kann es natürlich auch anders sein so wie kann es auch anders sein bitte und einmal eine runde schlafen so so und wieder weiter bauen und ich brauche holz 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 jup gibt es irgendwas womit man schneller farmen kann ich glaube nicht oder so erstmal noch das ganze was ich da jetzt aufgesammelt habe kommt alles hier rein so und einmal ich wollte ich wollte die farmen ja dieser kleider ist schon super ne so so ach ja so bin grad ein bisschen abgelenkt aber soll jetzt gleich wieder voll dabei sein sollte gleich wieder voll dabei sein so 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 Gut, viel Holz habe ich schon 49 erst, okay, komme ich da irgendwie dran, komme ich da mit dran So, ich weiß gerade nicht, was ich so erzählen soll, ehrlich gesagt Ups, was habe ich jetzt gemacht, ich habe doch gar keine Taste gedrückt, oder habe ich doch ja was gedrückt Nicht, dass ich bis da so Hallo, komm Hallo, komm Gut So So Gut Ich musste einmal kurz noch was zurückschreiben, deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt, aber beim Holzfahren brauchen wir ja auch nicht viel Aufmerksamkeit Entschuldigung dafür nochmal So, ich habe jetzt aber So und ich, oh, ich glaube Die heutige Folge ist schon langsam wieder rum Na, bisschen Zeit wissen wir es noch, oder? So, ich glaube aber danach werde ich eh noch eine Aufnahmepause einlegen, weil ich dann erstmal die nächste Zeit, also, wenn ich jetzt ein, zwei Tage mal Jetzt nicht das am Stück spiele Jetzt nicht das am Stück spiele Jetzt nicht das am Stück spiele So, und ich glaube, dann fliege ich hier einmal schnell wieder zurück Nach Hause Hat er liegt gut in der Luft, muss ich sagen So 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 Ups Müssen es glaube ich auch schon mal elf, zwölf Minuten sein, oder? Die Aufnahme Hier nochmal ein bisschen stony Gut Dann Würde ich mal sagen Töte ich nochmal hier das Schweinchen So Nice Gut, gut, gut Dann Würde ich sagen War es das von der heutigen Folge Und Jo In der nächsten Folge Beziehungsweise Ja doch Ich mache hier mal ein kleines Folgenposten und ein Aufnahmepause Also In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich da das Haus weiterbauen Um jetzt nicht zu sagen Eventuell sogar fertig bauen Glaube ich jetzt auch nicht ganz Ähm Jo Deswegen Ich jetzt schon noch ein bisschen was Zumachen Ich glaube das Holz wird dafür auch nicht ganz reichen Ähm Ja Würde ich mal trotzdem sagen Das war's Hier nochmal ein kleines Screenshot vielleicht irgendwie so Und So Ja Perfekt Gut Dann würde ich mal sagen War es das von der heutigen Folge Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da Und Das Abo natürlich auch nicht vergessen wenn ihr mehr sehen wollt Also so Und Kommentar freue ich mich auch noch drüber Ich glaube ich habe jetzt alles gesagt Also bis dahin macht's gut Euer Waffenmeister schaltet morgen wieder ein und Bis dann Ciao ciao 2 4 5 5 5 6 6